Das ist der wundervolle Hadi. Hadi liebt es zu arbeiten und möchte am liebsten die ganze Zeit etwas Neues lernen und entdecken. Im Tierheim ist der arme Kerl leider ganz schön unterfordert. Er sucht dringend Menschen, die ihn körperlich und geistig auslasten. Hadi ist sehr menschenbezogen. Katzen und kleinere Tiere möchte er gerne fangen. Er klettert dafür auch schon mal auf einen Baum, soweit dies physikalisch möglich ist und Zäune sind für ihn auch kein großes Hindernis. Mit anderen Hunden passt es je nach Sympathie. Wenn er von anderen Hunden angepöbelt wird, kann es sein, dass er nach vorne geht oder seinen Stress gegen den Menschen richtet. An dieser Baustelle wird aber derzeitig fleißig im Tierheim gearbeitet. Er lernt außergewöhnlich schnell und freut sich darauf, dich kennenzulernen.